Die als iPhone-Hersteller bekannte und umstrittene Firma Foxconn bringt 2023 mit unter sein erstes eigenes Elektro-SUV auf den Markt. Das Foxtron Model C. Alles, was man aktuell zu dem siebensitzigen e-SUV wissen kann, was mich mittlerweile ziemlich aufregt und wie ihr euch 150 Euro auf die Premium-Wallbox DeSony IQ sparen könnt, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Bisher war Foxconn nur als Zulieferer für das iPhone bekannt. Doch jetzt will das taiwanesische Unternehmen auch ins Automobilgeschäft einsteigen und zeigt die ersten Prototypen unter der Tochterfirma Foxtron. Das Unternehmen gibt zu verstehen, dass das Model C das erste Fahrzeug ist, das auf seiner MIH Open Platform gebaut wird, die im vergangenen Oktober angekündigt wurde. Die EV-Kit-Plattform, die eine vollständig modulare Architektur aufweist, die skalierbar und leicht anpassbar ist, wird auch die Grundlage für den Vorstoß von Foxconn in Thailand bilden, wo das Unternehmen angekündigt hat, mit dem Energiekonzern PTT beim Bau von Elektrofahrzeugen zusammenzuarbeiten. Außerdem will Foxtron mit weiteren Modellen auf den Markt preschen, darunter das Model V, das Model E und das Model B. Zudem habe ich schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben rechts. Das Foxtron Model C weist ein recht reduziertes Design auf. Die Frontansicht wird im unteren Bereich von großzügig bemessenen Lufteinlässen geprägt, deren seitliche Ausläufer sich C-förmig nach oben ziehen. Darunter sitzt ein schmales Band mit dem Markenschriftzug, an das sich die weit in die Flanke erstreckenden Scheinwerfer anschließen. Die Optik der Fronthaube lässt darauf schließen, dass diese aus Carbon besteht. Auch die Räder präsentieren eine Struktur im Material und werden von schwarzen Radläufen umschlossen. Die Fahrgastzelle zeigt sich farblich von der restlichen Karosserie abgesetzt. Foxtron will für die technischen Komponenten nur wenig Platz in Anspruch nehmen, mit dem Ergebnis, dass im Interieur bis zu sieben Personen und deren Gepäck Platz finden. Schon von D-Sony gehört? Der Premium Wallbox-Hersteller bringt mit der D-Sony IQ, wenn nicht sogar, die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut. Somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr jetzt unbedingt die D-Sony IQ haben wollt, dann könnt ihr sie ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei e-autos.de bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 Euro. Also viel Spaß mit der D-Sony IQ und weiter geht's. Das Foxtron Model C ist 4,64 Meter lang und hat einen Radstand von 2,84 Metern. Die Reichweite wird mit bis zu 700 Kilometern nach NEDC angegeben und auch die Fahrleistungen lassen einen staunen. In 3,8 Sekunden soll das SUV aus dem Stand Tempo 100 erreichen können. Joa, und ihr merkt schon, sehr viel mehr Infos gibt es zu dem Fahrzeug noch nicht. Und das, obwohl es schon recht bald auf den Markt kommen soll. Schade eigentlich. Was auch erstmal sehr beeindruckend klingt, ist der Preis. Der soll sich nämlich laut Foxtron in einem Bereich ähnlicher Konkurrenzmodelle orientieren. Das bedeutet einen realistischen Startpreis ab rund 35.000 Euro. Mal sehen, was draus wird. Der Markt wurde in letzter Zeit mit, ich sage mal, neuen asiatischen elektrischen Marken und Modellen quasi überflutet. Und darunter sind viele interessante Modelle, die ja auch zu uns nach Deutschland kommen oder hier schon verfügbar sind. Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, habe ich mich auf diesem Kanal sehr viel mit dem Thema asiatische Elektroautos auseinandergesetzt und dabei sind mir ein paar absolut nervige Punkte aufgefallen, die ich kurz mit euch teilen möchte. Zum einen gibt es da die absolut spärliche Informationspolitik, hauptsächlich in China. Ich muss da immer richtig tief graben und sehr viel Recherchearbeit hineinstecken, was mitunter der Grund sein könnte, warum es, außer mir, nicht viele gibt, die eben Videos darüber machen. Zum anderen das, was zu erwarten war. Bestes Beispiel ist Nioh, die ja gerade erst in Deutschland gelauncht haben. Und damit meine ich den Preis. Die Zahlen, die ihr in Bezug auf asiatische Elektroautos bisher auf meinem Kanal gesehen habt, sind logischerweise umgerechnete Preise, die man vor Ort zahlt. Und wie wir jetzt nicht gerade überraschenderweise erfahren durften, explodieren diese, wenn China seine Autos nach Deutschland exportiert. Aber dass sie im Falle von Nioh so hoch sein würden, hätte ich nie gedacht. Ich persönlich bin von höchstens 600 bis 700, vielleicht noch 800 Euro im Monat ausgegangen, nicht von 1300 Euro für den Nioh ET7. Auch die 1000 Euro im Monat für den ET5 halte ich für extrem übertrieben. Aber was sagt ihr dazu? Und wie findet ihr überhaupt das Foxtron Model C? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!